Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von Digital Fernsehen zu einem neuen Videotest. Wir haben endlich Sonys aktuelles High-End-Modell, den KD65ZT9 im Test. Ob der TV mit dem mysteriösen Backlight Master Drive wirklich das einhält, was die Daten anfangs versprochen haben, das schauen wir uns jetzt mal im Test an. Viel Spaß! Der Fernseher wird nicht nur edel verpackt, sondern er sieht auch edel aus. Die meisten Blenden, die ihr hier seht, sind aus Metall. Es ist natürlich nur eine Gold-Optik, kein echt Gold. Die flache Bauform, der schmale Rahmen und die klaren Linien unterstreichen die schnirkellose Struktur, die Sony hier anstrebt. Für einen Direct-LED-LCD, also mit einer echten LED-Hintergrundbeleuchtung, ist der TV nicht nur verhältnismäßig flach geraten, sondern es stören auch keine Lüftergeräusche. Die Rückseite wartet mit einer Besonderheit auf. Die ist zwar nur aus Kunststoff gefertigt, hat aber diese Kachelstruktur. Diese Kachelstruktur sorgt dafür, dass man die aufgesetzten Blenden kaum bemerkt. Das heißt, ihr habt wirklich eine nahtlose Rückwand. Ihr könnt die Rückwand schrittweise auseinandernehmen und dann kommen die Kabelkanäle zum Vorschein. Die Kabelkanäle sind ebenfalls äußerst praktisch gelungen, denn auch dicke Kabel finden hier Anschluss. Der TV besitzt Doppeltuner für alle Empfangswege. Ihr habt vier HDMI-Schnittstellen, von denen weisen zwei Schnittstellen eine Besonderheit auf, dazu später mehr. Den CE-Plus-Slot findet ihr weiter oben und falls ihr doch mal in Verlegenheit kommt, ein Startkabel anzuschließen, könnt ihr extra die Blende heraustrennen, während der Rest der Rückseite dann weiterhin verdeckt ist. Beim Kontrastfilter gibt es keinerlei Überraschung. Der TV spiegelt leicht, im Gegensatz zu einem Curved-TV sind Spiegelungen aber nicht verzerrt. Die Fernbedienung ist nahezu identisch zu den kleineren Sony-Modellen, allerdings ist die Rückseite mit einer Metallblende versehen, was besonders angenehm ist, weil dadurch die Handwärme sehr schön abgeleitet wird. In den Systemeinstellungen könnt ihr die Tuner-Konfiguration durchführen, also beispielsweise, ob ihr jetzt über DVB-T2HD die Signale empfangen möchtet über Kabel oder Satellit und dann dementsprechend die Twin-Tuner konfigurieren. Da eben nicht vergessen, bei einer Satinstallation die DICE-Ex-Schaltung manuell vorzugeben. Prinzipiell beherrscht der TV die Senderaufzeichnung über USB, aber bei unserem Modell war es leider so, dass der Datenträger zwar erkannt wurde und wir konnten auch die Registrierung und die Formatierung starten, aber es kam dann immer nur der Hinweis, diese Funktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Auch beim EPG und den generellen Programmfunktionen war immer wieder zu bemerken, dass es teilweise Abstürze gab und das System nach einiger Zeit festfriert. Das heißt, da muss Sony weiterhin dringend daran arbeiten, dass man die Betriebsstabilität im TV-Betrieb wirklich verbessert. Über die Taste Discover könnt ihr so eine Bildleiste ins Bild fahren und dann nach oben und unten steuern, um die Kategorien zu wechseln. Wenn ihr da ganz nach unten geht, könnt ihr beispielsweise Favoriten hinzufügen und diese Favoriten-Listenerstellung ist beispielsweise auch deutlich schneller als die normale Programmsortierung. Könnt ihr die Dienste auch nach Namen sortieren und dann beispielsweise alle UHD-Kanäle in eine neue Liste einfügen. Der TV ist zu den neuen UHD-Kanälen kompatibel und der Vorteil dieser Android-Oberfläche ist, dass ihr aus dem Startmenü TestTVs einfach Suchbegriffe eingeben könnt und dann landet ihr sofort in der YouTube-Suche und könnt auch dort die 4K-Qualität aktivieren. Alternativ könnt ihr Suchbegriffe auch über das Mikrofon einsprechen und die Spracherkennung ist wirklich exzellent. Weiterhin stehen natürlich Video-Apps von Amazon und Netflix zur Verfügung, da je nach Inhalt auch schon in HDR-Qualität. Wie es sich für den PlayStation-Konzern gehört, unterstützen die TVs auch den PlayStation Video Store und durch das Android-System auch den Google Movies und Google Play Store. Die Besonderheit des ZD9 ist, dass bereits Version 6 von Android installiert ist, also die sogenannte Marshmallow-Version und Sony hat auch die Hardware aufgestockt und das ist zum ersten Mal, dass wir ein Hardware-Upgrade überhaupt bei den Android-TVs dieses Jahr sehen. Der Hauptprozessor wurde überarbeitet und auch der Grafikchipsatz zeigt sich leistungsstärker. Das sorgt dann dafür, dass man nicht nur 2D-Games, sondern auch 3D-Games einigermaßen flüssig spielen kann. Wir haben ja mal The Wolf Among Us ausgetestet. Ist ganz passabel, ist immer noch nicht auf dem Niveau von Spielkonsolen, aber eben deutlich besser als das, was wir bisher bei Android-TVs gesehen haben. Generell aber der Hinweis, dass ganz viele Anwendungen häufig nicht geschlossen werden. Das heißt, hier lohnt es sich mal im Systemmenü vorbeizuschauen und Anwendungen auch mal komplett zu schließen. Und bei der puren Masse an aktiven Apps, wie wir das hier sehen, ist es sicherlich auch kein Wunder, dass die Betriebsstabilität, je länger man den TV wirklich nutzt, nicht immer gewährleistet ist. Im Systemmenü gibt es auch noch andere praktische Anpassungen. Beispielsweise könnt ihr hier die sogenannte TV-Taste auf der Fernbedienung einer externen Quelle zuordnen. Im Anzeigemenü könnt ihr das Bildformat anpassen. Das geht in die normalen Bildoptionen nicht. Und in den Klang-Einstellungen lassen sich die Systemtöne ausschalten, die halt bei Betriebsstab dafür sorgen, dass jede Eingabe mit einem Ton unterlegt wird. Bei den externen Eingängen ist darauf zu achten, dass ihr UHD Blu-ray Player erst dann vernünftig verwenden könnt, wenn ihr auf das optimierte Format schaltet. Hier gibt es aber eine Besonderheit. Wenn ihr beispielsweise den HDMI 1 Eingang wählt, dann habt ihr hier ein 4K-Signal, aber ihr seht schon, es ist nicht HDR, sondern SDR. Hier ist auch nochmal die Erklärung. Das optimierte Format steht für die HDMI-Eingänge 2 und 3 zur Verfügung. Wenn ihr wirklich den Eingang 2 oder 3 wählt, dann seht ihr auch das HDR-Format der UHD Blu-ray. Wenn ihr die Action-Menü-Taste auf der Fernbedienung drückt, kommt ihr in dieses Schnellauswahlmenü und dann letztendlich auch in die Bildeinstellungen. Da habt ihr, wie gehabt, die unterschiedlichen Presets. Eine Besonderheit stellt der Spiele-Modus dar, denn im Spiele-Modus wird die Eingabeverzögerung reduziert. Wir kamen hier allerdings nur auf knapp 45 Millisekunden, nicht die üblichen 35 Millisekunden. Es steht aber die Voll-of-Hub-Auflösung zur Verfügung, was dann natürlich interessant ist, wenn man beispielsweise PC-Signale zuspielt. Wie üblich steht im Spiele-Modus die Zwischenbild-Berechnung nicht zur Verfügung. Der Klarheitsregler bleibt bestehen. Das heißt, ihr könnt eine dynamische LED-Ansteuerung aktivieren, was die effektive Bildhelligkeit dann aber reduziert. Auch ganz interessant, der Spiele-Modus lässt sich auch im Zusammenspiel mit HDR-Quellen aktivieren. Das ist ganz interessant für diejenigen, die schon über die neue Xbox One S verfügen. Wenn ihr das Bild möglichst neutral darstellen möchtet, lohnt sich der Anwender-Modus. Bei der Helligkeit steuert ihr manuell die Helligkeit des Backlights. Das ist tatsächlich ein Hintergrundbeleuchtungsregler. Ich kann euch aber raten, das auf maximale Einstellungen zu belassen. Warum, das erkläre ich euch gleich. Über den Lichtsensor steuert der TV die Helligkeit automatisch, sorgt aber für eine verhältnismäßig starke Abdunklung. Den Kontrastregler würde ich nicht aufs Maximum ziehen, da mehrere Kontrastoptimierungen hinzugeschaltet werden können, sodass Kontrast 90 eigentlich eine gute Voreinstellung ist. Bei der Gamma wieder mal die Kritik, dass man hier relativ im Unklaren ist, was für eine Gamma der TV dann effektiv zeigt. Im Minusbereich geht man halt Richtung 2,4,2,6. Im Plusbereich Richtung 2,0,1,8. Durch die Kontrastoptimierung lohnt es sich, den Gamma-Regler ein bisschen niedriger anzusetzen. Ich kann euch hier einen Wert von Minus 2 empfehlen. Beim Schwarzwert ist das gemeint, was bei anderen TV's häufig als Helligkeitsregler beschrieben wird. Hier pegelt ihr die dunklen Bereiche aus. Schwarzabgleich sollte man eher die Finger davon lassen. Der erweiterte Kontrastverstärker greift ebenfalls ins Bildsignal ein. Kann man machen, wenn das Bildsignal nicht optimal ist, ansonsten kann man das ausgeschaltet lassen. Interessant ist die lokale Dimmung, denn im ZD9 ist eine echte LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut. Ihr seht es hier in einem Beispiel, wenn ihr das lokale Dimming aktiviert, werden die Zonen immer feiner angesprochen. Bereits ab mittlerer Einstellung wird das Backlight voll ausgereizt. Wenn ihr das in die Hocheinstellung setzt, wird das Eingangssignal stärker bearbeitet. Das hat zwar den Vorteil, dass noch ein bisschen mehr Kontrast herausgepresst wird aus dem Bild, hat aber wiederum den Nachteil, dass man in hellen Bereichen dann einen leichten Detailverlust hat. Das haben wir hier mal versucht darzustellen. Also wenn ihr wirklich alle Details behalten wollt, dann stellt das Local Dimming eher auf die Stufe Mittel. Unter Extended Dynamic Range versteht Sony so eine Art HDR-Konvertierung. Die sorgt dafür, dass die Bildhelligkeit stark ansteigt, ohne dass Details verloren gehen. Falls das hier jetzt im Videobild ein bisschen so erscheint, das Details ausbrennen, dann liegt das einfach daran, dass unsere Kamera das nicht korrekt einfangen konnte. Und je nachdem, ob das Bild vollflächig hell ist oder nur kleine leuchtende Details im Bild existieren, erhöht sich dadurch dann auch der effektive Kontrast im Bild. Ich persönlich halte die Extended Dynamic Range Funktion wirklich für sehr, sehr gut. Allerdings ist mir die flächige Aufhellung teilweise ein bisschen zu stark. Das heißt, beispielsweise bei Samsungs HDR Plus Funktion wird eher die Detailhelligkeit erhöht, bei Sony eben auch verstärkt die Flächenhelligkeit. Beides kann man halt mögen, je nach Einsatzzweck. Eine Besonderheit stellt die Helligkeitsanpassung dar in Zusammenspiel mit HDR Quellen. Da lohnt es sich nicht nur Extended Dynamic Range zu aktivieren, sondern ihr solltet ebenfalls den Farbbrillanzregler mal ausprobieren. Und zwar gibt es einen enormen Unterschied, ob der Farbbrillanzregler ausgeschaltet ist oder in der Hocheinstellung genutzt wird. Mit Extended Dynamic Range ist der Unterschied gar nicht so groß, aber wenn ihr dann noch zusätzlich den Farbbrillanzregler nutzt, dann wird die HDR-Helligkeit stark erhöht. Und das Interessante ist, dass in solchen Szenen vor allem Lichtquellen in der Intensität erhöht werden. Also hier ist es jetzt die Sonne, die im Hintergrund scheint. Aber wenn ihr vollflächig dunklere Bilder habt, die extrem problematisch sind, wenn man den Raum nicht komplett abdunkelt, dann hilft diese Schaltung, diese Stellen aufzuhellen. Und das macht den TV wirklich universell einsetzbar, auch im Zusammenspiel mit HDR Quellen. Farben, Farbtemperatur lassen sich wie immer bei Sony auch manuell kalibrieren, aber die Voreinstellungen sind bereits extrem natürlich. Da muss man wirklich nicht mehr viel nachträglich machen. Über den Farbbrillanzregler könnt ihr eine Farbrauenkonvertierung einschalten. Die funktioniert wirklich gut. Sie ist in mehreren Schritten hinzuschaltbar. Hier haben wir das auch nochmal anhand eines Fußballbildes demonstriert. Das heißt, ihr könnt dann selber entscheiden, wie intensiv ihr die Farben dargestellt haben möchtet. Beispielsweise rechts ist ein Samsung. Da habt ihr nur ganz wenig Voreinstellungen zur Verfügung. Das lässt sich bei Sony gezielter auf die eigenen Wünsche abstimmen. Die Reality Creation sorgt für so eine Pixelkontrastanhebung, sodass der Schärfereindruck sich verbessert. Da habe ich das Gefühl, da hat Sony noch mal ein bisschen optimiert, sodass selbst die Automatikfunktion nicht zu aggressiv reingeht. Wem das immer noch zu künstlich ist, der sollte Werte zwischen 20 und 30 wählen. Langjährige Sony Fans werden die Funktion wiedererkennen, die jetzt neu beim ZD9 wieder hinzugekommen ist. Sie nennt sich gleichmäßige Abstufung oder Smooth Gradation. Hiermit lassen sich abgestufte Bildbereiche, Helligkeitsübergänge, die beispielsweise bei stark komprimierten Internetvideos immer wieder auftreten. Die lassen sich hier wunderbar glätten. Bereits in der Stufe niedrig hat man da die gröbsten Bildfehler heraus korrigiert. Wenn wir das hier mal im Vergleich sehen, dann macht sich diese Funktion wirklich bezahlt und selbst bei normalen Blu-ray Quellen können solche Abstufungen auftreten. Das ist wirklich eine tolle und sinnvolle Funktion, die das Bild auch nicht komplett weich zeichnet. Die Motionflow-Funktion wurde meiner Meinung nach auch ein bisschen optimiert. Bereits in der Standardeinstellung ist die Bewegtbildwiedergabe insbesondere auch mit Filmenquellen sehr flüssig. Artefakte und Aussetzer halten sich da wirklich im Hintergrund. Ihr könnt das auch nochmal manuell einstellen. Über die Glätte-Funktion lässt sich sozusagen die Flüssigkeit einstellen und über den Klarheitsregler könnt ihr die Bewegtbildschärfe beeinflussen. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich euch vorhin gesagt habe, lasst den Hintergrundbeleuchtungsregler auf Maximum, denn wenn euch das Bild zu hell ist, dann schaltet lieber den Klarheitsregler hinzu. Ich habe euch das hier mal aufgelistet. Je nachdem, welche Stufe ihr wählt, die Bildhelligkeit mit Ausnahme von Stufe 1 zu Stufe 2 wird praktisch immer halbiert und ihr profitiert dann von einer schärferen Bewegtbilddarstellung. Beim Samsung rechts lässt sich das über den Hintergrundbeleuchtungsregler steuern. Wenn wir das hier mal im Vergleich sehen, dann bietet sowohl der ZD9 als auch der KS9590 von Samsung bei voller Begleitaussteuerung bereits eine gute 100 Hz Bewegtbildschärfe und sobald ihr das auf Klarheit 1 oder bei Samsung den Begleitregler auf 50% reduziert, dann steigt die Bewegtbildschärfe fast schon auf dem 200 Hz Niveau. Man opfert natürlich verhältnismäßig viel Helligkeit. Sony und Panasonic verwenden wiederum ähnliche LCD-Panel, aber es ist offensichtlich, dass Sony die Optimierung besser im Griff hat, denn Nachzieheffekte in dunklen Bereichen zeigen sich bei Panasonic deutlich stärker als bei Sony. Gegen den KS9590 ist dieses Jahr aber kein Kraut gewachsen, der bleibt bei solchen Sequenzen unser Favorit und Nachzieheffekte hat Samsung da wirklich auf ein absolutes Minimum reduziert. Der ZD9 zeigt in ganz ganz dunklen Bereichen leichte Nachzieheffekte, die wird man im Normalfall nicht sehen. Nicht vergessen solltet ihr die Filmmodus-Einstellungen, je nachdem was ihr hier vorgebt, entscheidet sich dann, ob Filmbilder wirklich komplett flüssig laufen oder eher im Kinolook erscheinen. Sony bietet dann noch in den Video-Optionen zahlreiche Optimierungen, um beispielsweise den Farbraum manuell umzuschalten. Davon solltet ihr eher die Finger lassen und dann lieber den Farbrillanzregler nutzen. Dem Fernseher liegen zwei Shutterbrillen bei. Der ZD9 ist zu 3D-Signalen kompatibel, der KS9590 von Samsung beispielsweise nicht. Die Auflösung ist im 3D-Modus ganz in Ordnung, allerdings sind Doppelkonturen in dunklen Bildbereichen sichtbar und die Bildhelligkeit wird auf ein extremes Minimum reduziert. Die 3D-Funktion beim ZD9 hätte man genauso gut weglassen können. Wer wirklich 3D-Signale in guter Qualität darstellen will, kommt um ein OLED-TV mit Polfilter 3D nicht herum. Ein kleiner Kritikpunkt ist auch die Tonwiedergabe. Der Fernseher hat zwar die Decoder für nur bei digitalem DTS integriert, aber die Tonqualität der integrierten Lautsprecher ist auch angesichts des Preispunktes enttäuschend. Bei den Messwerten müssen wir Sony dagegen uneingeschränkt loben. Es gibt eigentlich kaum einen Hersteller, der bereits in den Werkseinstellungen derart präzise Werte ermöglicht. Das heißt, hier haben wir aber wirklich nichts verändert in den Voreinstellungen und dennoch sind sämtliche Abweichungen an der Grenze zur Sichtbarkeit. Wenn wir uns das Leistungsmaximum des TVs anschauen, dann sind zwei Dinge auffällig. Zum einen ist die Bildhelligkeit exorbitant hoch. Das heißt, ihr erreicht hier am farbkalibrierten Modus locker 1600-1650 Nits. Wenn man den ZD9 in den Dynamikmodus schaltet, dann erreicht man sogar Werte von bis zu 2000 Nits, ist es auf alle Fälle der hellste TV, den wir jemals im Testlabor hatten. Der Farbumfang ist dagegen nicht so enorm, wie man es vielleicht hätte annehmen können. Da sollte man aber die Farben im Einzelnen betrachten. Das heißt, man hat im Blau Bereich die Kinonormsättigung, Agenta-Bereich und nahezu im Rotbereich ebenfalls. Daraus resultiert dann auch ein sehr satter Gelbbereich, wo der TV gewisse Limits zeigt. Das ist im grünen Bereich und damit dann auch im Türkisbereich. Das heißt, da gibt es einfach andere Fernseher, die haben knalligere Grün- und knalligere Türkistöne. Aber insgesamt ist auch hier die Farbabstimmung extrem natürlich gelungen. Und was wir nicht erwartet hätten, was man aber sehr gut sieht, ist wenn man den XD93 mal dagegen hält. Man hat hier noch im Rotbereich diesen Peak. Beim XD93 der DXW-904 von Panasonic zeigt dieses Phänomen ebenfalls und das sorgt dann dafür, dass es Farbblitzer geben kann. Beim XD93 hatte man dann eher bläuliche Doppelkonturen. Beim ZD9 sieht das Farbspektrum deutlich besser aus. Man opfert sozusagen ein bisschen maximale Sättigung, erhält aber eine wirklich bessere, natürlichere Lichtdarstellung. Und die LEDs selbst scheinen auch farblich neutrales Licht auszugeben. Man läuft da nicht Gefahr, dass man erst ein stark bläuliches Licht neutral umfärbt durch irgendwelche Zusatzfilter, sondern der ZD9 sorgt für eine sehr, sehr natürliche Lichtausgabe. Doch was ist jetzt eigentlich mit dem Backlight Master Drive? Wir haben hier mal einen Samsung KS9590 und da wandert jetzt so ein Feld durch. Durch die Aufhellung im Bild könnt ihr gut erkennen, wie die Dimming-Zonen angeordnet sind. Wir kommen hier auf 15x10 Zonen. Und der Halo-Effekt ist ziemlich prägnant. Bei Panasonic hat man dagegen statt 150 Zonen 512 Zonen. Was dann dafür sorgt, dass der Halo-Effekt deutlich geringer ist. Allerdings setzt Panasonic auf so eine Art Wabenstruktur, was dann dazu führt, dass man so eine leichte Blockstruktur sieht. Das heißt, die Halos weisen dann relativ harte Kanten auf. Beim ZD9 ist der Halo-Effekt ähnlich gering wie bei Panasonic, aber die Zonen gehen weicher ineinander über, was dann dafür sorgt, dass man die Übergänge zwischen den Zonen kaum erkennt. Es kommt weiterhin zu einem sichtbaren Halo-Effekt, aber es sieht wirklich sehr, sehr homogen aus und stört auch in der Praxis nicht. Wir sind hier auf 35x18 Zonen gekommen, also rund 630. Ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da Sony keine Angaben macht und wir den TV natürlich nicht aufgeschraubt haben. Wenn wir hier mal Overlay-Elemente einblenden, dann sehen wir, dass der Sony beispielsweise die Ruhe selbst ist, während der KS 9590 zu deutlichen Bildveränderungen neigt. Das heißt, Samsung bearbeitet das Videosignal deutlich aggressiver als Sony, weil man eben weniger Dimming-Zonen zur Verfügung hat. Bei solchen Bildern ist es hingegen wirklich schwer den Unterschied wahrzunehmen bei der Dimming-Zonen-Anzahl. Man muss hier aber zur Verteidigung von Sonys sagen, dass in dunklen Bereichen keine Details flöten gehen. Da hat der DXB 904 wiederum seine Probleme. Das sehen wir hier. Das heißt, wer den maximalen Kontrast des Panasonic ausnutzen will, da gehen Details verloren. Das ist eben bei Sony nicht der Fall. Und auch Samsung schlägt sich mit den KS 9590 äußerst passabel. Es ist sehr, sehr schwer, da deutliche Unterschiede zu erkennen. Man sieht es hier, wenn man den Blickwinkel verändert, dass Sony mehr Dimming-Zonen aufweist. Aber frontal betrachtet ist es auf alle Fälle kein Unterschied wie Tag und Nacht. Doch zurück zur alles entscheidenden Frage, was das Backlight Master Drive nun von einem konventionellen LED Backlight unterscheidet. Wir haben hier nochmal die Infografik von Sony auf dem ZD9 Event. Auf der linken Seite ist jetzt ziemlich eindeutig, was Sony damals mit dieser schematischen Darstellung gemeint hat. Es wird sich höchstwahrscheinlich um das Direct LED Backlight des KS 9590 handeln. Das heißt, wir haben 150 Dimming-Zonen. Jeder Block besteht dabei aus 4 LEDs. Somit könnte das Backlight des KS 9590 ebenfalls rund 600 LEDs aufweisen. Das Backlight Master Drive rechts steuert dagegen jede LED einzeln an. Sony spricht dann zwar nicht mehr von Dimming-Zonen, aber letztendlich sind die Dimming-Zonen nur minimiert, eben auf den Ausleuchtungsbereich einer einzelnen LED. Und die zweite Besonderheit ist, dass die LED-Reihen versetzt angeordnet sind. Wir schauen uns jetzt mal die rechte, untere Ecke des CVs an. Und achtet mal bei dem Schemata darauf, dass im Eckbereich gar keine LED existiert. Ihr habt eine LED an der Unterkante, eine LED an der rechten Kante, aber im Eckbereich habt ihr keine. Wenn wir jetzt mal ein ganz kleines Feld, beispielsweise beim KS 9590, genau an diesem Eckpunkt entlang, wandern lassen, dann seht ihr, dass der Halo-Effekt identisch ist, dass die Helligkeit dieses Punktes auch identisch ist. Das hat einfach die Ursache daran, dass die LEDs nicht einzeln angesteuert werden, sondern dass man hier LED-Blöcke hat und dieser LED-Block bleibt die ganze Zeit auf maximaler Leistung. Wenn wir uns den ZD9 dagegen anschauen, dann verschwindet dieser Punkt genau dann, wenn er sich in den Eckbereich bewegt. Was dann wiederum daran liegt, dass diese zwei LEDs gleichermaßen gedimmt werden und im Eckbereich einfach keine LED vorhanden ist, um dort gezielt die Helligkeit zu erzeugen. Wie gesagt, das ist ein absoluter Sonderfall, den es in der Praxis so nicht geben wird. Aber es hilft zu verstehen, wie Sony die LEDs anordnet und wie die LED-Ansteuerung beim ZD9 funktioniert im Vergleich zum KS 9590. Ein Vorteil von Sony ist weiterhin das Upscaling. Das heißt, da besteht weiterhin der Vorteil im Vergleich zu Samsung, wo das Upscaling zwar subjektiv mit einer sehr hohen Kantenschärfe funktioniert, aber im Detailbereich eben nicht ganz mit Sony Schritt halten kann. Bei der Bildausleuchtung ist zu sagen, dass sowohl bei Samsung als auch bei Sony mit Schatteneffekten zu rechnen ist. Bei Samsung mehr als bei Sony. Allerdings gibt es in hellen Bereichen eben das Phänomen, dass die Eckbereiche des ZD9 nicht so gut ausgeleuchtet sind. Das habe ich euch eben versucht klar zu machen. Das liegt einfach an der LED-Anordnung des Backlines. Wir hatten beim ZD9 leider den Fall, dass es genau mittig eine Schattenbildung gab, was man im Praxisbetrieb dann doch sehen konnte. Am besten gefällt uns immer noch die Ausleuchtung des DXW904. Auch der ist nicht fehlerfrei, aber da ist die Helligkeitsverteilung insgesamt noch am homogenesten. Der generelle Benchmark im LED-LCD-Bereich ist für uns aber immer noch der X9405C, also der 75-Zoll-Coloss aus dem letzten Jahr. Der hatte wirklich eine sehr homogene Lichtverteilung. Wenn ihr unsere Tests in den letzten Monaten mitverfolgt habt, dann dürfte es euch wenig überraschen, dass der ZD9 den DXW904 mit HDR-Quellen ziemlich weit zurücklässt. Durch die tolle Bildabstimmung des Sony TV und die vielfältigen Möglichkeiten seid ihr da viel effizienter unterwegs. Das heißt, die Energieaufnahme ist deutlich geringer, die Bildhändlichkeit ist deutlich höher. Einen ernsthaften Konkurrenten findet Sony erst im KS9590. Da sind die Unterschiede dann in Summe so gering, dass man schon sehr genau darauf achten muss, wo jetzt genau die Vorteile beim Sony liegen oder eben auch beim Samsung. Dieses ausgeglichene Niveau sieht man dann gleichfalls auch bei der SDR-Darstellung. Das heißt, man wird immer wieder Punkte finden, wo der Sony ein Tick heller, ein Tick kontrastreicher ist, ein bisschen weniger Aufhellung zeigt, wo die Farbdarstellung ein bisschen natürlicher ist. Insgesamt muss man aber sagen, es sind beides fantastische Geräte. Und auch wenn der ZD9 nicht das offizielle UHD Premium Logo trägt, so bekommt er von uns doch das UHD HDR Quality Siegel, denn weder bei SDR noch bei HDR dürften da Wünsche offen bleiben. Kommen wir nun zum Testfazit. Wenn es allein um die Bilddarstellung geht, dann ist Sony's ZD9 die neue LED-LCD-Referenz. Allerdings müssen wir sagen, ist der Unterschied zu den bisherigen Topmodellen wie den KS9590 oder den DXV904 nicht sehr groß. Es ist wirklich nicht so, dass man hier von einem Klassenunterschied sprechen kann. Panasonic und Samsung sind Sony bei der Tonqualität deutlich voraus. Bei der Bedienung gefällt uns sowohl der Samsung als auch der Panasonic besser, weil der ZD9 immer noch Probleme bereitet durch Android, was die Betriebsstabilität anbetrifft. Es sind schnellere Prozessoren verbaut. Es geht alles deutlich flüssiger. Spiele lassen sich flüssiger darstellen. Aber man merkt, dass das System nach und nach an Geschwindigkeit verliert. Das sollte euch aber nicht abhalten, wenn ihr Bildqualität über alles schätzt, den ZD9 ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Zu Gute halten muss man Sony, dass die gesamte Konstruktion des ZD9 unfassbar effizient ist. Man hat letztendlich die höchste Helligkeit, den höchsten Bildkontrast. Der TV ist optisch überaus attraktiv. Im Vergleich zu Panasonic verbaut Sony keine aktiven Lüfter. Das heißt, der TV arbeitet genauso geräuschlos wie Samsungs KS9590 und optisch gefällt uns der ZD9 wirklich mit am besten, insbesondere durch die tollen Kabelkanäle und die clevere Abdeckung. Es ist vielleicht der speziellste High-End TV im Vergleich zu den anderen Geräten. Aber wenn man Filmfan ist, wird man die Vorteile, die der Sony ZD9 bietet, auf alle Fälle zu schätzen lernen. Ich hoffe, unser umfangreicher Testeinblick in den ZD9 konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr den TV schon besitzt, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gerät. Mir hat das Testen unglaublich viel Spaß gemacht. Leider war ein bisschen wenig Zeit. Der ZD9 ist schon wieder weitergezogen. Aber bei aller Kritik, die wir hier im Video äußern, müssen wir einfach sagen, wenn es im Massenmarkt auch nur ansatzweise diese Qualität geben würde, bräuchten wir solche Tests wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Dann wäre wahrscheinlich auch die Zufriedenheit bei den meisten TV-Besitzern größer. Gute Dinge kosten halt immer eine Menge Geld. Beim ZD9 ist man auch schon wieder bei 5000 Euro. Allerdings bekommt man eben im Gegenzug eines der besten Geräte, die der TV-Markt bietet. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Testvideo wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut! Video exhortiert den Internet TV-Plug. Bis zum nächsten Mal.